Heute bei Prison Break. Ihre Flucht war spektakulär. Ihr Ende wird alles übertreffen. Wir befreien Sarah heute Abend genauso wie geplant. Habe ich was verpasst? Du wirst ein Flugzeug und einen Piloten auftreiben. Doch Vertrauen kann tödlich sein. Er hat ein Flugzeug und will per Fallschirm im Gefängnis hochladen. Was? Verpassen Sie nicht das große Finale. Ich hoffe, du bist kampfbereit, Prinzessin. Jetzt geht es um Leben und Tod. Denn einer von ihnen wird nicht überleben. Da kommt er. Feuer frei. Los jetzt. Vorrücken. Prison Break. Das große Finale. Heute 23.10 Uhr.